Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Arise. Wir befinden uns zur Zeit im Rothierwald und stehen hier neben dem guten Händlöchern. Irgendwo soll hier eine mega Kreatur auf uns warten. Hast du über diese Kreatur erzählt? Was ist los? Kalte Füße bekommen? Ihr müsst nur auf dem Schwachpunkt des Zeugels abziehen, sollte er zusammenfallen wie ein Kartelhaus. Jedoch tendiert deine Chance ihn zu treffen immer noch gegen Null. Okay, also hier irgendwo scheint er wohl zu sein. Ich vermute, es ist die falsche Richtung. Ja, stimmt, wir müssen da oben am Händler vorbei. So. Herr Händler, wir brauchen nichts von Ihnen. Hier sieht es aus wie Zeugegebiet. Oh. 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 Eieiei. Was Eiswurz-Anführer? Oh nein. Oh, okay. I didn't have time to kill you. Oh, okay. I'm a little bit too. Oh, this hot. Oh, okay. 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 Hey, hat die Rimbelze überhaupt irgendwas gemacht gegen ihn? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay drei, okay. Oh, okay. Oh, okay. Vampire, r mosquitos. Oh, hey. Hier ist der Schatten, irgendwie hier ist der Schatten, Eiswolf anführer Oh Mann, ich hab doch alle gedrückt Der hat einfach mehr Zeugels geholt Okay 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 Das war's für mich. Das war's für mich. Ich kann das nicht verhindern, dass die alle zusammen ihre Attacke machen. So, und jetzt gehen wir nochmal zu dem zurück und sagen dem, dass wir es geschafft haben. Hä, er ist weg? Wo ist er hin? Ist er geflohen? Hier haben wir, glaube ich, ja, da kann man scheiß. Wo ist der Schlawiner hin? Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Oh doch, hier oben ist was. Gegengiftstein, ja. Aha, Donner, Erz, ein paar. Ach so, der Lachs ist einfach wieder da. Okay, alles klar. Was ist das? Was ist das? Hm? Ah! Nee. Ich weiß nicht, wir sind da viel zu. Wie ist das? Oh. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Oh, ich... Der erinnert mich so an Kelly von Niu oder an den einen bösen Magler von Casa Venga. Mit diesen Federn wahrscheinlich, wenn er noch Tattoos hört, dann ist er so Standort. Oh, ist es ihr Bruder? Das wäre ja krass, wenn es ihr Bruder gewesen wäre. Achso, okay. Gut, also sie kennt ihn schon mal nicht. Ampfer wie Zivilbeobachtung. Land des Funkenglanzes. Das ist eine Krassel. Das ist ein Krassel. Das ist ein Krassel. Es ist nicht so schön, aber es ist das alles für die Stadt. Das ist das alles für die国家. Wenn ich mich überlegen, dann kann ich es. Was hat das gemacht? Was ist das? Ich weiß nicht, dass es nicht so gut ist, aber... Was ist das Ziel? Zilfa zu holen? Ich weiß nicht. Nur, dass ich nicht so gut bin. Ich denke, dass es nicht so gut ist. Ich denke, dass ich mich nicht so gut bin. Wie geht es? Wie geht es? Ok Sollen wir vielleicht erst mal ein Lager aufschlagen? Ja. Ja, Erinnerung. Haben wir irgendwas verpasst? Nee. Gruppenstatus anzeigen. Ja. Verschiedene Dana-Reiche. Okay, das hören wir uns mal an. Klaasar,こんな土地でよく人間が暮らしていけるものね。 ああ、こう何もかも雪に覆われてちゃ苦労も多そうだ。 よく見えない上に歩くのだってひと苦労だし。 カラグリ屋だって変だよ。岩だらけで埃っぽいし、そこら中燃えてるし。 燃えてるのが変か。考えたこともなかったな。 厄介者くらいにしか思ってなかった。 この国では、火は命をつなぐ大切なものだよ。 薪になる木もそう。 ひょっとして太陽も珍しかったのか? 珍しいどころか。 カラグリ屋に行くまで言い伝えでしか知らなかったよ。 あんなに暑くて、容赦ない明るさだなんて思わなかった。 でも、他の国は、それが最適合だね。 どこに変わるかもしれないかも変わるってことか。 なんだか不思議な話だな。 お値段は、お値段を進める。 お値段、火は止め? muss man aber noch etwas daraus machen. Vor dem Schlafen mit jemandem sprechen Ähm, Handschuh. Hey, ich habe gar keinen Text gehört und auch keinen Text gesehen. Was soll das denn bitte? Das ist eine Kacke. Gop. Quest begonnen, der Eulenwald. Ui. Finde heraus, was Hutels Aufmerksamkeit erweckte. Schuchu. Oh, wie süß ist denn das bitte? Achtung, Achtung meine Güte. Ehm. Hier? Da ist ein bisschen großartiger. Zookul. Oh ja. Kulau? Hurluru! Hurluru! Hurluru auch nicht beobachtet. Es ist nicht gefährlich. Wenn du dich in der Nähe. Du kannst dich in der Nähe. Du kannst dich in der Nähe. Nähere dich der großen Eule. Oh, das ist cool. Ich liebe Eulen. Sie hat eine Schnurrbart. Mitternachtskampftracht. フルルと比べて大きいだけでなく、なんていうか、妙に立派ね。 あんがい、フクロウの王様だったりしてな。 なら、隣にいるのはさしずめ女王かしら。 女王? どう見てもつがいだもの。 ここは、フクロウたちの住処か。 こんな広い場所なのに、私たちがあのフクロウを助けるまで、2羽だけで暮らしてたのかな。 もういないと思ってた仲間がいた。その上、王様と女王様までいたんだ。 案外探せば、もっと他にもいるかもしれない。 リンウェルだって、世界の隅々まで探したわけじゃないだろ? それは… うん、そうだね。 ね、フルル。 フルー? もっと仲間を見つけてさ、この場所を教えてあげようよ。 あ、旅のついででいいから。ダメかな? 構わないさ。たくさん見つけてやろう。 ありがとう。 フルッハー! リンウェル? うん、何でもない。 さあ、行こう。 ね、Besiegtを聞くと、 わからなかったリンウェル? きれいにiser PM Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, der Eulenwald. Eulen, die du findest, ziehen in den Eulenwald. In diesem Wald leben auch ein Eulenkönig und eine Eulenkönigin. Sprich mit dem König, damit er dir Belohnung je nach Anzahl gesammelter Eulen gibt. Oh, untersuchen. Ich wette, dieser Baum würde einen hübschen Eulenbaum abgeben. Wie es aussieht, ist auf dieser Stange noch Platz für ein paar Eulen. Oh mein Gott. Oh, die hat die Brille auf. Die haben wir schon gefunden. Aha, das ist wahrscheinlich Ballsäf gewesen. Hier haben wir jetzt das Wintergebiet. Dann haben wir hier noch ein Gebiet. Oh, das wird auch wunderschön aussehen wahrscheinlich. Was ist denn hier? Sammelsorium. Oh, da bin ich dran. Okay, wir quatschen mal den Baum an. Wie es aussieht, ist auf dieser Stange noch Platz für ein paar Eulen. Oh, ich wette, dieser Baum würde einen hübschen Eulenbaum ergeben. Ja, dieser auch. Cool. So, sollen wir jetzt mal mit der Königin reden? Schu, 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 schu. Jetzt holt ihr was für uns, oder? Apfelgelee, Trank des Lebens, Orangengelee, Allheilmitteltrank, Adelsblüte, Adelspurpur. Ui. Schu, schu, schu. Schu, schu, schu. Okay, aber wenn ich mal mit uns reden, sollen wir uns mal umziehen? Haben wir vielleicht Outfits bekommen? Das könnte man uns anziehen. Mitternachts-Kampf-Tracht. Das ist doch nur eine andere Farbe. Gut, wir ziehen das an. Waffenskin. Nee. Adelsblüte. Ui. Adelspurpur. Erbgewand. Oh, schade. Edelrose bekommt sie mal. Und er bekommt... Ach, er kann schon das nehmen. Sehr schön, sehr schön. Äh, ja. Vielen Dank, ihr lieben Eulen. Ist jetzt so wunderschön. Ist so süß. Oh, Lichterchen. Schu. Schu, schu. Was ist hier noch ein Freund irgendwo? Ach, ja, ich auch. Ich verstehe dich total. Schon. Okay. Sie haben fertig geredet. Ich gehe davon aus, dass hier nur ein Nebenzweig ist. Oh, was eine große Ebene. Ach, könnte man auch wegschwimmen. Gegengiftsteine. Hier kann ich nicht schreien. Oh, ein bisschen. Haben wir Fell? Ja, wir haben ein bisschen Fell. Okay. Ja, da könnte man weiter schwimmen, wenn man das wollte. Oh, ich habe es ja von mir zu vergessen. Oh. Salat. Salat. So, wir haben Kopfsalat gesammelt. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Oh, ich muss nennt ιen. Oh. Oh. Tofu. Oh. Oh.